Servus Leute, Unterlöchen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe ja gesagt, dass ich dieses Jahr weitermachen möchte mit der Reihe vom Messi zu Minimalisten. Und ja, was bietet sich denn eigentlich Besseres an, als im Prinzip im neuen Jahr damit zu starten, einfach mal die Weihnachtsdeko auszumisten. Und ich glaube, ich werde jetzt auch mal in dem Keller so ein bisschen mehr wieder was machen. Also ich meine, der schaut halt wirklich komplett aus, muss ich sagen. Wir haben das total schweifen lassen. Eigentlich hatten wir ihn ja eine gewisse Zeit lang echt schön sauber gehabt. Doch irgendwann kam es halt einfach dazu, dass wir wieder ein bisschen nachlässiger damit geworden sind. Auf jeden Fall, bevor ich jetzt da lange um den heißen Brei herum rede, würde ich mal sagen, starten wir einfach mal. Und ich zeige euch jetzt den Ist-Zustand. Aktuell sieht es so aus. Hier liegt sehr viel Graffel, sage ich mal. Dann ist ja hier dieses Schubladensystem quasi, was ich selber dann gesagt habe, was ich hier haben möchte. Hier ist dann der ganze Vorrat, also von den Lebensmitteln her. Und ansonsten ist hier halt auch sehr viel Chaos. Ja, mehr als viel Chaos. Ich würde einfach mal sagen, wir starten mal mit dieser Ecke hier und arbeiten uns ungefähr mal bis zu dem Lebensmittelvorrat hin. Ich fange jetzt einfach mal von hier oben an und schaue, was weg kann. Also das hier ist ja eigentlich auch Lebensmittel. Dann haben wir hier noch zwei Mal Feuchttücher. Das ist ganz gut zu wissen, dass ich da wieder was bestellen muss. Ja, und dann haben wir halt einfach hier... Ehrlich gesagt, es nutzt halt keiner. Das ist das Problem. Ich habe das noch nie aufgemacht. Das habe ich damals in meiner Ausbildung geschenkt bekommen. In meiner Ausbildung. Das ist so lange her einfach. Ich glaube, das kann auch weg. Was haben wir denn da? Imprägnierspray. Ey, Leute, das nutzt keine Sau mehr. Vanish. Naja, komm. Das Ding kann auf jeden Fall weg. Machen wir mal die Dünen da. Für Müll, Duft, Kissen. Was haben wir da noch alles drin? Da ist nix drin. Komm, das schaut so scheiße aus. Wächter. Einfach nur weg damit. Was ich nicht brauche, was ich nicht nutze. Wächter mit. Was habe ich denn hier? Schmusekatze. Da steht einfach mal Schmusekatze drauf. Anti-Fris-Fris-Fritz-Fris-Fris-Fris-Fris. Keine Ahnung. Was macht das Ding? Für geschmeidige Styles glätten Seiden war ich halt. Ey, das nutze ich nicht. Ich schaue mal, ob ich das irgendwie, keine Ahnung, das ist ja eigentlich auch schon über dem MHD. Ich glaube, das hat auch ein MHD, so ein Teil. Egal. Das tue ich mal da hoch. Das kann ich dann verkaufen oder, was heißt verkaufen, verschenken eher. Dann so ein Schwamm. Ah, Moment. Meine beste Freundin geht zum Gebrauchtbahnhof, hat sie mir ja gesagt. Dann mache ich hier die Kiste von mit Gebrauchtbahnhof, weil das können die bestimmt gebrauchen. Das ist nie genau neu. Okay, also warum nicht? So, was haben wir hier dann noch alles? Spülmaschinentabs, warum auch nicht? Nochmal Spülmaschinentabs. Nochmal Spülmaschinentabs. Gut, die kommen dann einfach hoch. Tampons. Im Prinzip kann ich die schon aufheben. Die waren ja nicht schlecht. Und meine Tochter, ungefähr in das Alter kommt, das schmeißen wir mal. So, dann. So. Das habe ich aus Berlin mitgenommen und bis jetzt leider noch nicht benutzt, weil ich noch so viele andere Produkte eigentlich habe. Aber ich müsste dann später komplett darauf umsteigen. Lebensmittel, Lebensmittel. Da sind Taschentücher, die brauchen die. Was haben wir denn da? Gott, das will echt so viel Kraft. Das hat nichts mit dem Hahn zu tun. Das hat auch nichts mit dem Hahn. Das hat mit dem Hahn zu tun. Das ist auch nicht. Aber das da hat mit dem Hahn zu tun. Okay. Haare, Haare. Was haben wir da? Conditioner, Shampoo. Das ist auch Shampoo. Schaumfestiger nutze ich nie. Habe ich noch nie genutzt. Styling Mousse habe ich auch nicht nie genutzt. Das ist auch nicht für die Haare. Was ist das? Eine Blutschaubel. Was ist das für die Haare? Da habe ich hier noch eine Spülung. Haarkur, Haarkur. Das ist ja gut. Das brauche ich nicht. Ganz ehrlich, ich nutze diese Produkte einfach nicht. Ich habe die noch nie genutzt. Ich werde sie auch nicht nutzen. Ganz ehrlich. Dann haben wir hier. Da sind wir jetzt. Da sind wir hier. Da haben wir ganz viele Masken. Die verwende ich auf jeden Fall. Feste Körperbutter. Ich muss immer gucken. Eigentlich ist das alles hier oben so. Gesicht und Haare. Kann ich das mal nach hier oben tun. Das ist allgemein. Das ist auch Gesicht. Dann kann ich die Sachen hier auch oben reindrücken. Fürs Gesicht. Da sind auch noch Cremes. Die nutze ich. Ich vergesse sie zwar manchmal, aber ich nutze sie. Seife, Seife. Taschentuch. Dann Gesicht. Taschentuch. Seife. Gesicht. Das kann rein. Einmal hier das. Was habe ich hier? Wasser-Spray-Gesicht. Das ist noch gut. Das ist ehrlich gesagt auch sehr erfrischend im Sommer. Einfach sich dann ein bisschen Wasser ins Gesicht zu klatschen. Beziehungsweise zu sprühen. So. Was haben wir denn noch alles? Ah, da. Da hatte ich hier oben. Nämlich die. Die waren. Da drin. Komm, den lege ich einfach mal da rein. Dann passt das nämlich auch thematisch da dazu. Dann habe ich jetzt hier noch Seife, Seife. Seife, Seife, was ist Seife? Duschbrat. Schöne Haut. Schöne Haut. Das ist auch Haut. Das ist Sonnencreme. Ich glaube, die kann man wegschmeißen. Sortiere ich dann später alles noch aus. Duschgräle. Seife, Seife, Seife. Also ich glaube, bei einer Apokalypse, wir bleiben sauber. Was war das jetzt? Feste Körper Butter. Ja, das ist jetzt hier eigentlich alles, was mit dem Körper zu tun hat. Und dann haben wir hier die ganze Seife. Dann sind wir damit auch schon mal durch. Geht doch sogar relativ rasch. Ach, du heilige Markele. Oh, wieso habe ich diesen Schuppen aufgemacht? Körper. Körper ist ja eigentlich jetzt alles hier drüben. Dann muss ich das mal schauen, dass ich das irgendwie umschlichten kann. Dann haben wir da echt noch mehr als genügend Ding. Also Körper Dingenskürchen da halt. Da, was ist das? Irgend so ein Belenkding. Das habe ich mal gekauft für den Kleinen, weil ich eigentlich gedacht habe, dass er sich voll drüber freut mit einem Schaumbad. Er hat gewandt. Deswegen lassen wir das. Ich habe irgendwo eigentlich einen Schupp für die Kiddies. Also speziell für die Kiddies. Da unten ist der Müllbeutel. Und da ist Zahnpasta. Alles, was mit Zähnen zu tun hat. Ja, dann lasse ich das jetzt einfach mal da. Das auch für die Kiddies. Das ist für die Hände. Kiddies, Hände, Hände, Hände. Was haben wir da unten? Das auch nochmal. Dann das tun wir einfach mal da hin. Und dann Lippen, Lippen, Lippen. Das gehört ja eigentlich theoretisch zum Gesicht. Dann ruhe ich das dann mal drüber hin. Und dann kann ich eine Packung auch gleich aufmachen. Denn meine Lippen sind so spröde wieder. Und ich habe keinen mehr. So. Gut, dann kann ich den einmal verwenden. Da kommt der in mein BH. Ja, da habe ich jetzt hier. Ich habe aber keinen Aufsatz mehr dafür. Chillit. Dann weg. Das ist nochmal so eine Lotion. Pröbchen. Eigentlich habe ich hier drüben. Einen extra Bereich für Pröbchen. Dann tue ich das auch immer da rein. Pröbchen, Pröbchen, Pröbchen. Pröbchen, Pröbchen, Pröbchen. Falls wir mal irgendwo hinfahren, fliegen wollen, oder was auch immer, habe ich da mehr als genug. Also. Hier ist jetzt quasi so ein bisschen Mischmasch. So für die Kiddies. Und für die Hände. Dann habe ich hier alles, was mit den Zähnen zu tun hat. Aufsätze, Zahnseide. Das hat nichts mit den Zähnen zu tun. Mundspülung. Und ganz viel Zahnpasta, Zahncreme. Auch für die Kiddies. Und schon wieder Taschentücher. Die haben da nichts verloren. Nochmal Aufsätze. Nochmal hinten Zahnseide. Ja, das passt eigentlich auch. Und hier unten habe ich irgendwie mal die Müllbeutel hingetan. Wie es so auch immer. Hier auf der rechten Seite. Hier auf der rechten Seite ist die Schublade von meinem Mann. Dann noch für die Ohren. Ganz, ganz viele. Und Parkpflege für meinen Mann. Und hier unten ist diese, ich sag's mal. Okay. Nein, ich randaliere natürlich nicht. Hier unten ist so diese Pröbchen. Schublade quasi. Wo alle Pröbchen drin sind. Und da unten ist auch nochmal so ein Wienes. Der kann einfach auch weg. Das ist die Tasche dafür für unterwegs. Und alles andere sind Pröbchen. Und wundert euch bitte nicht, warum ich das Ganze ein bisschen zügiger mache. Das kommt wieder rein. Das habe ich ganz vergessen. Mein Kleiner, der schläft jetzt. Und da muss ich die Zeit ein bisschen nutzen. Und ich will dann auch noch etwas lernen. Jetzt kommen wir zu der Schublade hier unten. Denn eigentlich könnte ich davon im Prinzip echt alles wegtun. Das hat mir früher mal total gefallen. Aber jetzt habe ich dafür überhaupt keine Verwendung. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Also irgendwie finde ich es schön, aber irgendwie auch wieder kitschig. Zum Beispiel das da. Das ist halt echt so. Ich kann mich gerade echt nicht entscheiden, was weg soll. Ob was weg soll. Ob ich nicht doch noch irgendwas verwende. Also da auf jeden Fall würde noch alles mehr oder weniger davon verwenden. Da habe ich, oh mein Gott, ey. Wie alt diese Dinge hier schon sind. Mit Delfinen und Schmetterlingen. Das ist eigentlich eine coole Idee. Das nehme ich jetzt mal mit. Aha. Damit könnte sich doch auch irgendwas machen lassen. Ich weiß gerade bloß nicht was. Ja. Dann hier drüben. Das finde ich ehrlich gesagt sehr schön. Das verwende ich auch immer wieder im Sommer. Das sind, ähm, die habe ich mir vor zwei, drei, nee, vor vier Jahren. Vier oder fünf Jahren, glaube ich. Habe ich mir die mal beim, entweder Nanonana oder beim Kick geholt. Und ich finde die mega schön, aber ich habe sie immer vergessen auszupacken. Aber die werden nicht wegkommen. Genauso wenig wie das hier. Also das bleibt alles. Da ist dann so ein Relax mit ganz vielen Steinchen da. Das ist so ein Set quasi. Und das kommt da dann wieder rein. Das kommt nicht weg. Dann hier unten. Jetzt muss ich erst mal die Boxer weg tun. Hier unten haben wir Ostern. Das ist immer das Osternästchen. Das wird dann immer gefunden. Also das muss definitiv bleiben. Dann haben wir einmal Home. So ein Osterdesign. Da sind die Eier rausgeflogen. Dann haben wir hier noch so ein kleines Nestchen. Das hatten wir, ähm, das habe ich auch mal gekauft. Da habe ich es vorher für die Kleinen mal reingetan, die ganzen Sachen. Und, äh, ja, da hatte ich sie halt ein kleines Nestchen und dann noch ein größeres Nestchen. Und da hinten ist auch noch so ein Hase, das ist ein Dekohase und hat sie immer ein Zimmer gehabt. Also das auch nicht. Dann hier. Boah, ey. Ey, ich habe so viele Sachen. Ich bastle halt echt unheimlich gerne, aber ich bin letztes Jahr leider gar nicht dazu gekommen. Also das bleibt auch auf jeden Fall. Da die Lichterkette bleibt definitiv. Die Steine bleiben auch. Jetzt bin ich mir noch am überlegen. Leute, stimmt mal bitte ab unten in die Kommentare. Schreibt mir mal, ob hier von der Kiste etwas weg soll und wenn ja, was. Ich zeige es euch jetzt mal so. Dann könnt ihr mal unten in die Kommentare mir schreiben, was davon weg soll. Vielleicht werde ich auch noch auf TikTok irgendwas machen oder auf Instagram. So, was haben wir denn hier? Da haben wir Kugeln. Und so komische... Ach komm, die schauen furchtbar aus. Das kommt weg. Das verwende ich noch da. Das ist mir aufgegangen. Ich heule immer noch, Leute. Ich heule immer noch. Vor allem, wenn ich das jetzt halt einfach so sehe. Das sind noch die Kugeln. Da kommen jetzt schon die Tränchen zu machen. Da sind mir Kugeln abhandengekommen. Das hat meine Oma gemacht. Und ja, das fehlt halt gerade einfach. Okay. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was davon kann weg? Ich kann mich nicht entscheiden. Das kommt einfach hier drauf. Die zündet man halt einfach nicht an. Die sind so süß. Und dann tut man die als Deko hin. Und sowas mag ich eigentlich auch. Aber ich weiß nicht, ob das ehrlich gesagt bei uns überhaupt reinpasst hier. Auch die Kerzen. Ich kann mich nicht entscheiden, Leute. Okay. Also die einzige Ausbeute vom Ausmisten jetzt hat ist tatsächlich nur das. Das ärgert mich total. Ich weiß einfach nicht. Soll ich es wegschmeißen? Soll ich es nicht wegschmeißen? Ich kann mich da gerade einfach überhaupt nicht entscheiden. So, die hier sind zwar falsch drin. Die sind verkehrt rum drin. Aber ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass die wegkommen. Die kommen auf jeden Fall dann einmal zum Gebrauchsanruf. Hier drin ist übrigens dann auch noch so ein Schneemann gelandet. Da ist nämlich die Nase ab. Und ja, davon habe ich mich jetzt auch trennen können. Okay, von den Kugeln hier habe ich mich jetzt dann auch noch getrennt. Also, ja, es kam doch noch einiges zusammen. Ja, meine Lieben. So sieht jetzt übrigens das Nachherergebnis aus. Ich sage mal das vorläufige Nachherergebnis. Es ist doch einiges jetzt weggekommen. Hier vorne ist alles frei, Gott sei Dank. Ich habe auch einiges an Müll weggetan. Und hier oben ist jetzt noch ein bisschen was. Ich werde mal meine beste Freundin fragen, ob die da eventuell Interesse daran hat. Und ansonsten wird es leider im Müll landen. Weil das sind alles Dinge, die sind halt schon über dem MHD. Und die möchte ich dann ehrlich gesagt auch doch nicht verkaufen. Sicher ist sicher. Man weiß ja nie. Ja, das kommt dann einfach noch dementsprechend dann weg. Und ansonsten muss ich das hier dann auch irgendwie verräumen. Aber ich konnte mich jetzt hier unten noch nicht von diesen Sachen hier trennen. Vielleicht kommt es ja noch. Da überlege ich immer noch sehr stark, ob ich das wegtun soll. Also ansonsten, Leute, falls ihr irgendwas davon haben wollt, falls es euch gefällt, schreibt mir frei auch sehr gerne. Dann weiß ich wenigstens, dass es in gute Hände kommt. Und ja, so sieht es jetzt dann aus. Ich kann jetzt leider noch nicht staubsaugen, weil der Kleine, wie gesagt, der schläft. Und den möchte ich nicht wecken. Das mache ich dann alles später. Im Übrigen, ich muss jetzt gerade ein bisschen leiser sprechen. Ich bin nämlich gerade im Gang. Und zwar einmal das da. Das habe ich auch sortiert. Und das da. Das ist jetzt auch sortiert. Und muss dann natürlich auch noch sortiert werden. Dass es in dem richtigen Müll dann landet. Das tue ich jetzt nicht alles einfach in eine Tonne reinschmeißen. Ich glaube, da hat sich ein Haar selbstständig gemacht. Und man sieht mich nicht ganz. Das ist natürlich nicht so schön. So. Ich hoffe natürlich, dass euch das kleine, aber trotzdem feine Video gefallen hat. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, dass ich dann doch noch so viel ausmisten werde. Da ist es dann doch noch einiges, ja, sozusagen im Müll gelandet. Oder auch im Gebrauchbahnhof, falls es ihm was gegeben hat, was man noch verwenden kann. Und von den ganzen anderen Produkten. Da habe ich jetzt auch schon Fotos gemacht von meiner besten Freundin. Und dann schicke ich ihr die mal. Und wenn sie sie gebrauchen kann, dann kann sie sie gebrauchen. Und wenn nicht, dann müssen sie halt leider Gottes weg. Da kann ich dann auch nichts mehr dran ändern. Trotz alledem hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Und wenn ja, dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst. Und natürlich auch ein kostenloses Abo. Das könnt ihr auch immer gerne machen. Und dann schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr denn bei der Challenge oder bei der Reihe quasi mitmacht. Vom Messi zum Minimalisten. Und selber gerade auch ein bisschen ausmistet. Und bei euch zu Hause einfach klar Schiff macht. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.